Servus ihr Leute, da bin ich mal mit dem Spiel, das momentan auf YouTube ziemlich rumkursiert und keine Ahnung was, und zwar agar.io und ich hab mal gedacht, ich spiel das jetzt einfach mal, aber das Spiel ist ziemlich leise, ich wär wahrscheinlich beim Rendern ein bisschen Musik hinterlegen, also ja, ne, nur damit man Bescheid wissen. Äh, um was geht's in agar.io, ähm, geht um folgendes, man muss es mit dem Auslenken, man muss so kleine Pimpcher fressen, damit man größer wird, und, äh, man kann auch sein Gegenspieler futtern, also so siehst du zum Beispiel, Dado, ich bin jetzt größer als der und könnte ihn futtern, mach ich aber mit, obwohl ich ihm hinterhergegangen bin. Ähm, ja, oberrechts sind ja beispielsweise ein Leaderboard, dort zum Beispiel, äh, sind die, ja, wie sagt man, äh, beste Spieler halt aufgeführt, ähm, wenn er das dosiert, da kommt man sich, wenn man, äh, klar genug ist, drin verstecken, ja. Ähm, später raus, wenn man groß ist, zu groß war das Ding, dann, äh, spaltet, ah, da hab ich ja nachgeführt, dann spaltet man sich. Äh, zu dem Thema Spalten, man kann sich auch spalten, wenn man die Leertaste trägt, oder man kann auf W zum Beispiel auch noch auffüttern, oder kann in das komische Ding dann den Schieße in das Teil und, äh, 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 bin ich jetzt schon groß genug, äh, gut, aber nur als Beispiel doch, piu, dusche dann ein Stückchen von mir, praktisch g'si, äh, das, hinfüge, und what the fuck, Hornes Team ist ziemlich groß, wenn ich fast schon sage. Ja, Spanien ist aber gräser als ich, also, dass man dann immer in Ruhe, Alter, ich liebe das Spiel momentan, naja, es geht, äh, Liebe würde ich nicht sagen, aber, es hat, äh, so ein kleiner Funfact und so ein kleiner Suchtfaktor auf jeden Fall. Würde ich jetzt selber machen. So, und da bin ich gefurte, Tor. Gut, dann, geh mal weiter und mache, Ja, weiter halt, als nächstes Ding. Naja, was soll das? Ähm, Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Das Spiel erklärt sich eigentlich von selber. Man kann einfach nur Punkt fressen, und muss gucken, dass man sich ne Fresse losst. Aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich vielleicht auch ein bisschen gräser werde, damit ich mal ein paar Leid fresse. Ich muss mal wieder in die Top 4 kommen. Ich war, ähm, auf vierter Platz, aber, naja, oh, ich hab schon, ich hab schon verlor, Chuck Norris. Ich hab schon verlor, Chuck Norris verfolgt mich. Äh, ups. Eigentlich schon hinschieße. Ich muss mich nicht teilen. Ja, naja, jetzt, wenn ich siehe, dass ich mich geteilt hab, fertig. Alter, what the fuck? Häh! Ey, ja, ja, wenn ich jetzt verkackt hätt, na. Wenn ich jetzt verkackt hätt. Ih, voll auf der Puppschutzgenuss. Ja, da war ich natürlich auch gepimmelt. Jetzt, oder, was hinten da auch noch ist. Ja, oh, er wartet, und, und. Oh, lass mich, oh. Ich will deine nur. Äh, Peppa Pig. Komm, komm her. Ha, oh. Na ja, da wollte ich mich teilen, damit ich ihn erfräsen kann. Aber hat wohl nicht so geklappt. Oh Gott. Ich, siehst du jetzt schon, komm, ich bin gleich tot. Oh nein, doch nicht. Oh, weg, 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 weg. So, einfach noch ein paar Punkte fressen, damit wir gräser werden. Damit wir eine Konkurrenzfähig bleiben. Ach, guck mal, du ist hier, die Mö. Was ist mit dir passiert? Gibt's dich zwei, Mö, mein Bö. Ich hab das Gefühl, es kommt ein bisschen rucklig rüber. Oh, die Stadt sind normal. Hopp, vereine dich. Oh, toll. Komm her, komm her. Ich brauch Futter. Oh, oh, da hab ich ihn da gefuttert. Komm her, Mond. Ich wollte dich an die Möverschlinge. Ach, toll, jetzt bin ich genauso groß wie du. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank bin ich groß genug und kann da abhauen. Jetzt, wenn wir jetzt noch, jetzt, wenn wir verratzen, dann, äh, lass ich grad sinnen. Also, dann hab ich euch das Spiel ein bisschen näher gebracht. Und, ja. Ich will feed you, dann komm her und feed ihn mich. Hat mir alles größer als ich. Und er macht gerade, äh, versuch mich zu fresen. Boah, da kann ich mich grad noch so retten. Jawohl. Schmack auf hat's, weggesä. Und, schmack auf hat's. Soviel zu dem Thema, Admiral, hä? Was sag ich jetzt? Schwa. Möcklich an mich, weil ich, ob ich mich opfern soll. Aber, gut. Ich kann's nochmal. Alter. Der will mal klein noch ein Teil von mir futtern. Darf ich aber nicht, darf ich aber nicht. Komm, vereinig dich. Jawohl. Bin jetzt größer zu, Admiral, hä? Was willst du jetzt? Komm, schmack auf hat's, da. Tschüss. Soviel zu dem Thema, mich verfolgen. Oh, Mars. Könnt ich den Mars verspeisen? Oh, hi. Na ja, dann halt die. Na ja, der Mond. Der Mond will mich. Okay, der will mich doch nicht. Puh. Hi. Hallo. Na? Oh, 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 oh. Hallo. Scheiße, funktioniert nicht. Dann lass ich's halt sehen. Hopp, vereinigt euch. Jawohl. Mal gucken, ob man so es schaffen, ein bisschen größer zu werden und in die Top 10 zu kommen. Vierter Platz ist vielleicht so ein kleines Ziel von mir. Erster Platz, na ja, aber ja. Träume darf man. Und zudem wollte er... Ah, du, jetzt seid ihr auf der 10. Platz. Game Freak. Äh, da ohne Schwarz in der Platz. Kacke. Äh. 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 Ich würde sogar die grüne Dinger als Parasit bezeichnen, weil sie dich spalte tun, wenn du zu groß bist. Komm, komm her mein Buu, komm her. Schwupps, weg ist er. Nein, nein, lass ich lieber. Könnt ihr euch einen Verein oder nicht? Gut, ja, vielleicht. Oh, nein, 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 nein. Vereinig dich, vereinig dich, vereinig dich. Los, 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 los. Mann, wie lange brauch ich noch, um dich zu vereinigen? Oh, 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 los, 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 los. So, jetzt gehen wir mal dem anderen durch. Naja, wolltest du mich gerade futtern? Maja, oh, nee. Fuck, Chuck Norris ist um 10, ne? Ich bin besser als Chuck Norris. Was ist los? Naja. Ah, du siehst das. Fuck ey, fuck ey, fuck ey. Messe fahrt an. Könnt ich mich da irgendwie vielleicht vorbeiquitschen? Es wird nix. Aber wenn man das gesehen, was passiert, die Dinger, wenn gräser, 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 wenn man so viele tut, dann mach's weg. Und da pluppt sich so ein neues Ding aus und dann, äh, jo. Könnt ich nur damit auch nachher Leid, äh, verspeisen. Oh. Fuck, Alter. Könnt ich schon damit durch? Könnt ich da durch? Könnt ich da durch? Ja, kann ich. MK Ultra, Alter. Oh, denne. Oder der, der Mond, da wird's grenzwerdig beim Mond. Obwohl. Äh, wir sind gleich groß. Komm her. Na los, komm zu mir. Komm zu Papa. Oh. Putain. Schätze ich mal. Komm. Los, 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 los. Futter was? Los. Oh, Jack Lewis, komm. Fiede mich, fiede mich. Ne? Gute, gut. Okay, putain. Bist du größer als ich, putain. Oder sind wir gleich groß? Ich glaube, wir sind gleich groß. Ein Acht. Gibt man die, wenn man Acht ihn gibt? Höh. One A4. Oh, ja. Könnt ich nicht shootern? Ne, wir sind beide gleich groß. Okay. Juh. Gott sei Dank. Wer ist das? Oh, das ist ein Majestic. Das ist schon eigentlich später. United Kingdoms. Ja, mein. Nein. Naja, ein Stück von euch auf jeden Fall. Alter, wenn man so groß ist, ist man richtig sackgelockt zusammen. Leck mich am Arsch. Komm, fiede mich. Fiede mich. Mars. Oh, oh. Oh, oh. Krieg ich mich, ne? Krieg ich mich, ne? Krieg ich mich, ne? Hopp, vereinige dich schneller. Los. Vereinige dich schneller. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Fuh, fu, 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 fu. Hopp, wer gräser, wer gräser, wer gräser. Jawohl. Boots. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Konne ich dich jetzt nicht fressen? Oh, oh, oh. Das war ne griecher Fehler allerbei. Dass ich mich gespaltet hab, um da oben drauf zu kommen. Egal, ich konnte mich nochmal hochfiede. Und dann los ich mich zu viele, ja kleine Spacken. Ach guck mal du. Hast dich so oft geteilt. Ah, ah, da ist er in mich schnitt. Ah, komm her. Ähm, komm her. Du bist mein Ohr, aber ich nicht dein. Verschwinden. Kick, geh verschwinden. Los. Alle hin und am her. Alter, ich bin nur am 9. Platz, leg mich am Arsch. Naja, hätte ich dürfen nicht laut sein. Ich war auf dem 9. Platz. Ah, da ist Sackgasse. Da ist Ende Gelände. Ist das dein fucking Ernst? Spielst du mich jetzt so weg, Fide, oder was? 100 pro net. Oder mit Sicherheit net. Da ohne ist er, nene. Nimm denne. Na, der will natürlich mich, alter. Los, kriegst du deine Ohr, kriegst du nicht. Ah, nene, 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 nene. Ah, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Nein. Aber Buton, dich, schnapp ich mal jetzt. Wenn er Buton heißt, ich weiß hier nicht. Oh. Hm, schmack aufwärts, schmack aufwärts. Ey, das Schwede, what the fuck. Ja, klar. Judenjäger. Tja, tut mir leid. Ich muss überleben. Ich muss überleben. Nicht, ich muss. Oh. Boje. Was ist mit dir los? War schon nicht mal groß. Judenjäger. Du warst auch mal gräser. Ah, nene, ist durch die Schuh gespandelt. Mal gucken, wenn wir uns alle holen können. Ah. Steuern wir denne dazu. Der sieht nämlich schmackhaftig aus. Los, komm her. Ich weiß, du willst es auch. Vereinigt euch. Gamefreaks. Mach deine krasse Fusion. Und zerstör die Welt. Alter, warum gehen die nicht zusammen? Noch nicht zusammen so rum. Ah, komm her. What? Judenjäger. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wer, wer möchte, kann meinen Livestream in FIFA zuschauen. Meine Damen, dieser wird heute um 20 Uhr stattfinden. Aber ja, ob das jemand sieht, beziehungsweise mal anders. Ja, 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 ja. Ja, da hat er sich noch geteilt. Alter, ich bin um 10 Platz und bin schon so massiv groß. Wie groß sind dann bitte die anderen? Was? Mal ganz ehrlich, komm. Komm mit Milch. Das machst du doch extra, oder? Helping Idiot. Der helfende Idiot. Oh, guck mal da, der King. Schmackhaftig. Kuss, oh komm das war doch jetzt, ne oder? Gehen wir mal im King da, mal gucken ob wir einer kriegen Gut dann warte ich da bis Bis ich mich zusammengefügt habe und dann durch die Komet futtern Mir soll es egal sind, Tag Oh komm her Boje Ja 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 So komm her Komet Warte Ernsthaft Fuh 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 einfach nur Fuh Jetzt aber oder? Bin jetzt 10% größer als du oder? Fuh 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 Alter wie lange haltest du jetzt bitte durch in dem Enderun Fuh Ah ne komm ich lustig in Ruhe Aber du gehersch mir Ja Okay jetzt werde ich ohne gehen mehr Ich schlavenzel jetzt auch lang an dem da rum ich will den jetzt futtern Ich hoffe da wird mir gefiedet Ich hoffe da wird mir gefiedet Von irgendeinem anderen Spacko So ey alter Ja du dich Du dich Großfutter und dummisch fieder oder sowas Ich bin jetzt an dem so rumschlavenzler ne Das glaub ich mal gar nicht Ja 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 Wow Game Freak räumt auf meine Damen und Herren Game Freak räumt auf Als ob ich so groß bin Ist ja nicht so klar Jetzt habe ich einen kleiner Fehler gemacht oder? Obwohl da vom Jude Jäger Also wenn die Jude Jäger kommt wird es gefährlich Komm her mal Guter Komm her mal großer Freund Dann los ich dich halt in Ruhe Alter aber Evalena ist mal die lach wie groß ich jetzt einfach bin Wenn ich jetzt alle Weile nochmal zusammen gesteckt wäre Wenn das halt noch passieren würde Evalena ist mal die lach wie groß ich bin alter Okay die zwei Game Freaks gehen wir da zusammen Ich bin nur am fünften Platz Oh jawoll Hopp nof 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 Krieg boje Krieg boje Boots Hä Immer noch geteilt Ah In vierze Teilen war eben nicht die kräscht und die beste Idee Komm 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 Fiede mich Fiede mich Fiede mich Nudel Die Nudel Jawoll Bei der Nudel bin ich mir sicher die kann was Komm her du Nudel Komm her Nudel Komm her Nudel Es ist jemand unterwegs der ist ganz groß weiß ich ganz groß unterwegs das bin ich Boah PNs haben Oh Ja 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 Komm her du Sau Waaaah Pfuh Geh zurück Geh zurück Geh zurück Hallo 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 Und Kratzer Leg mich mal Mämmel Oh EA EA Sports zu den Geh Jawoll Kommt Feedet den Game Freak Feedet mich Feedet mich Na los Feedet mich Warte das ist ne gut von mir stimmen Ich hab neben mir ne leichte Kehlkopfentzündung mmmm lecker Hätten wir vielleicht ich bin ne bisschen rauer sonst Vielleicht Ne Der Puton der kann mich splättern wenn er will Pfff 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 Sigrid 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 Ist das Kirby 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 Die Nudel Die Nudel hol ich mir jetzt Boots 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 Sonja Hä? Oh, ich wollte gerade so... Ich wollte gerade so... What the fuck? What's going on? Mars, komm her! Ich hab' klingt, du willst gefress werden? Ich muss wegbleiben von dem komischen grünen Teil und stürzen sie mich spalten und es wird gefährlich. Spalten sie mal den Schädel. Komm, 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 helf deinem Freund. Helf dem alte Gamefreak. Na los! Ich weiß, du willst. Blitz doch an! Los, fehle mich! Oh! Das war's. Wegbleiben vom Mars. Das sind zwei Mars drin? Na gut. Ist eh, ist egal. Zwei mal dasselbe Normen kann man hier hingeben. Deswegen ist ja überall manchmal ein GLP-TV zu finden und irgend... und ähnliches. Und eine andere Leid suchen. Ein Unnamed Cell. Aha. Was bedeutet das? Was will ich mir damit sagen? Oh, Vollbildmodus. Geh raus. Ja, ich habe ein Vollbild geschaltet, damit man... Ja, damit ich halt den Ruf nehmen kann. Sehr gut. Hopp, 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 hopp. Nimm Mars, gib Gas. Oh, Chuck Norris. Hi Mars. Tschüss Mars. Hat er sich noch gerettet, oder ist er schon wieder Neier Mars? Ich will deine kleine Donut futtern, aber der ist zu arg in die Ecke gedrängt. Komm her. Putt, 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 putt. Alter, der klickt. Der hat sich bestimmt gerade gefreut wie ein kleines Kind. So. Wofür? Fress dich an. Die kleine Fische auf. 3 WE. Oh, oh. Ich bin jetzt schon gekommen. Wenn du siehst. Wofür ist da wohl in der Korpelsteilung. Da wird gleich gesertert. Wenn du siehst. Ach han, was man g- Wenn du siehst. Dann dann bin ich. Weg. Alter, warum sind ihr so nah an mir dran, Alter? Haben ihr keine Angst, dass man gefressen wird oder sowas? Zwitsalaten. Die friss ich heute auch noch. Vielleicht. Wenn ich jetzt irgendwann sterbe. Da mache ich aus. Das ist doch halt bestimmt eine Kopie an. Boah, ey, da bin ich ein Broker. Kommt her, ich brauche mein Feet. Kopie an. Boah, wenn der mich jetzt fresst, ne? Ja, der ist eindeutig hinter mir her. Leck mich am Arsch. Ja, die ganze Zeit in Vollbildmodus. Boah, nee, doch nicht. Ist doch nicht, der war her. Los. Klau, die schweiz. Na, fuu. Dann halt den da drüber. Da, ha, ha. Ha, ha. Mit der ha-ha-Versicherung. Da, ha, ha. Und da sind's. GLP-TV. Bestimmt ein Fager. Leg mich am Arsch. Das gäbe sie gar nicht. Komm her. Apple. Apple. Uhu. Uhu. Ah, dasselbe Problem wie ich gerade. Im Let's Play ist 100 Pro nicht so blöd und würzig. In vier Teile. So wie der das Spielchen angeblich sucht. Komm, wollen wir nicht hinein. Oh, tu nicht mal alles zu voll mit. Dann komm ich, Digga. Ja, 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 ja. Kann ich dich fudeln? Kann ich dich fudeln? Ich könnte mich jetzt dälen, aber ich weiß nicht, ob ich... Ich bin auf Kollisionskurs, meine Damen und Herren. Oh, ich bin auf der fünfte zurückgesunken. Ja, klar, der will bestimmt die Taktik verwenden. Da kann ich mich mal. Oh Gott, sehlich, da kann ich mich. Los, kann ich dich fudern, kann ich dich fudern, na komm alter, dann geh ich halt wieder auf glp.tv. Ja, wie gerade der oben schimmelt. Was, willst du mich verarschen? Cobian, du bist mir. Nein, 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 nein. Starkian, hab erbarmen. Hab erbarmen. Ja, der Barmen. Okay, ja, ist gut, ich lass Cobian in Ruhe, mein Gott ey. Komm ich halt in die kleineren Gebiete. Ja, Cobian ist jetzt größer als ich. Kann ich mir Finnland holen? Alter, ich hab, ich brauch was zu fudern, Alter. Leg mich am Arsch. Und, schwupps, ist er da weg. Ah ah. Boah, komm wo du? What the fuck, was ist los mit der Light? Warum sind die so retarded? Ja. Boah. Gem Let's Play wurde ausradiert. Beziehungsweise fähiger GLP. Ich weiß, ich bin größer als du. Und du machst willst, dass er größer als ich ist, momentan. Bezantium. Oh, guck mal so, die Dogge. Kriegt man ja, also die, die verschiedene Skins kriegt man ja, wenn man, äh, Dings sind, wenn man die Normen gibt. Tja, kann ich mich mal. Ich mach da nicht mit. Sel? Und an dem Sel? Da, da, da. Alter, ohne geht wieder voll die Party. Wisch du mich jetzt mal vereinigen? Jetzt bin ich so ein Gräser als... Dargion, hä? Äh, äh, Gräser als Kobian bin ich nicht. Boah, fick dich Kobian, lass mich in Ruhe. Nein, Alter, lass mich. Na, Kobian, teil dich, teil dich Kobian. Jaaa, was für eine Lappe-Taktik, ich wollt grad sagen. Oh, Jin, fiete mich! Unterstütz euren Gamefreak! Ihr kennt mich zwar nicht, aber unterstütze mich! Bitte! Kobian hat mich gleich! Die Sau will mich fräsen! Alter! Kobian? Ha! Boah! Boah, Drecksau! Naja, was soll's. War noch hart. Jaaa, Kobian und Stagian, die verbünden sich, die Drecksack. Naja, war ne schöne Runde. Und ich würd sagen, falls euch gefallen hat, losse Däumchen da holen, losse für neue Zuschauer, vielleicht ein Abo da holen, losse konstruktive Kritik da, was euch gefallen hat und was nicht. Und teilt das Video, Facebook, Twitter, bla bla bla. Und so weiter und so fort, dir geniert die ganze Geschichte. Ich würd dann sagen, das war's, Freiheit von mir. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt Freak schon. Servus!